Holger Rias aus Plasersen. 69 Kämpfe 56 Sieger 42 Mal durch K.O. Jahr 74. 101 K.O. Der nächste Mann werfen Sie die Herren. Ein Gegner von Herrn Bergkirchstuhl hat einen der ersten Kampf. Wir sind leider dritte Frau verloren. Aber nicht viele andere sich versteckt. Das darfst du das Kassel sein Kampf haben. Ich begrüße auch für die Kobra. 21 Fett für 20 Siege. 11 Meter hoch. Sein 4 ist es ganz schnell wieder nach oben. Zur Richtung Weltkreis verschafft. Sein Trainer Uli Lebner wird morgen reingeflogen. In seiner Ecke wird hier draußen stehen. 111,5. 111,5. 111,5. 3 seitens praltro. 2 liters Christians. 1 oder 4 ist es klar. Kannst frente herrisch. 231,5. 4 Mann pH 2,52. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit des morgigen Abends.